grüßeng da bin ich wieder und grüßeng zurück zur möglichweise zum finale von alpha polaris es hat sich in der letzten runde alles ein wenig zugespitzt alles ein wenig für meinen geschmack übertrieben flott zugespitzt wenig möglichkeit noch irgendwas zu steuern es schaut so aus als wird das schicksal da in grönland sein lauf nehmen ich habe möglicherweise eine ganze reihe forscher entscheidungen troffen ich hätte erstens die lobe daran lassen dürfen hier zweitens die knochen nicht nicht zerstören sollen das ist im prinzip unlogisch weil wenn was der er der er ist sicher er hat den wendigo beschworen was oder was wie hat er das gemacht er hat die knochen und die die dazugehörige das pergament aus der höhle genommen das ganze reversieren hätte man können indem er es zurückbringt wie oft zerstört gasolene dd dd gasolene das ist doch eigentlich solar panel Das ist ein größeres Decorator von den Spider-Size. Ja, und jetzt brauche ich irgendetwas, dass ich durch den Plafond komme. Da ist mir gar nichts mehr. Das Remote kann nur von der Insel öffnen. Der Alist hat mir ausgeschwärt, er ist nämlich durchaus volle Wäsch-Paranoid. Und er will, dass ich da friere. Ich glaube, dass ich da wendige bin. Und das kann auch sein. Hey! The lock is frozen shut. Was tue ich da oben? Wie komme ich an irgendwas Brennbares? Ja, aber hinten ist ein Benzintag. Das ist richtig. Da wird es starten, der Fluid-Piping. Wenn man den Generator ausschaltet, dann müssen sie rauskommen, weil sonst frieren sie ja selber. Was die vorgewühlt ist. Was die vorgewühlt ist. Was die vorgewühlt sind. Was der vorgewühlt ist. B2 ist lost, und wenn der Laser was für was B2 ist. Ah, das ist der Laser, du meinsche. Ja, ok, better not touch it while the way off is not shut. War auch nett, mitzutechnisch. Gruzimutzi. Pullsringe. Mit der kommt man vielleicht ein wenig an Benzin aufziehen, hm? Was halten Sie davon? Halleluja. Maybe it can be reused, ja schon, nur wie. Fuel pump. Na ja, da haben wir es ja. Wooden pole. Hubert. Upp. Settel an Link, the only way to contact the outside web. Personally, I like the isolation in here. Yeah, that's what I need, a lot for generating electricity and for vehicles. I would like to go to the gas station. I have to go to the gas station. I have to go to the gas station. I have to go to the gas station. Okay, we are in. Now I have to stop that Alistair is there. If I go out of the garage Alistair will shoot me, I need to disarm him somehow. This range looks quite sturdy. Maybe with the wind up? I have to go out of the garage. Why not? 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 irgendwas zum Lärm machen. Machen wir mal einfach Lärm. Versteck die, mach Lärm. Wenn er durch die Tür kommt, dann haut der mit dem mit dem Franzosen auf die Rübe. Nein, nein, alles nicht gut, alles nicht gut. Ah, Ligma Feier, genau. Ah, gut. Es ist dumm, da. Was ist denn da? Ich muss ihn, da. Ich muss ihn, da. Eine gute Idee, aber ein schlechtes Ort. Okay. Ja, so toll finden Sie die jetzt nicht. Ja, halt. Sonst schmelzst du das Fenster, ey. Try to fucking come in and I'll kill you! Oh! Der hier? Na, ist der jetzt umgebracht? Aufhört aber die Knarre. Er hat umgebracht! Okay. Das wird ja, das geht ja voll aus der Halt. Er hat. Yeah, ich muss sein sollen. Ja, jetzt drinken. Okay. Hm, da hat's doch ein Quinoidwerk gesorgt! Ich hoffe, ich habe ein Labor. Blood. An industrial fuse. Kann ich nicht mehr name it. Crumpled paper. Oh Gott! Symbols from the height. I must have dropped this. Treffen nachladen. Die rauchte schon wieder in Fütter. Also Fütter gibt es da gern in Verwampter. Schmeckt nicht gut. So. Ja, das sind die Island in the East People. Der Wendigo oder Ashton kommt aus dem Warriors. Über... Zu die Inuit. Über Beschwerung mit der Wendigo. Und was das da ist, keine Ahnung. Der Wendigo. Interlocking V-Shapes. Okay, wir gehen uns von vorne. East Island. Shaman. Throne, Boreas, Wendigo. Hoe! Dann können wir an Wessel? I don't think so. Possession. I don't think so. Ähm. Na, warte mal. Vielleicht ist der Assistant Neuse im Büro? Nein. Das ist die Throne, oder was? Shaman, Throne, Pereus, Vendigo. Ashton. Mann. Inuit. Ähm. Und ich muss die Borealis, die Aurora ein wenig zurücktreiben. Das ist ja antwortlich. Geht das? Geht aber nicht. Hm, naja. Pech gehabt. Noch mal. Interlocking V-Shapes. Vielleicht ist das Exorcism. Vielleicht ist das die Possession. Vielleicht ist das die Possession. Ich glaube nicht so. Ich glaube nicht so. Das ist im Prinzip der... Die Vendigoinweiß. Sacrifice Sacrifice Spirit No, I don't think so I need to find out before I do something to know why Yeah, we, 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 kümmern uns später drum Warum kann ich die Fuse nicht mitnehmen? So, Dreck Boah, das Gequitsch genervt, bist du genehmt? Man kann's nicht leiser fahren, es ist zum Kotzen Ich hab ein älter Kilt Das ist schon hart Das ist wirklich, wirklich hart Wir machen jetzt ein Krampelpeperlisten vielleicht Das ist auch nix mehr wirklich relevantes, da gehts gar nicht um dort drüben. Moment, jetzt bei der Hapuna füllen wir auch. Ja, sag mal wo sind denn die? Hä? Bleibt eigentlich nur nur ein Raum. Und zwar der da. Das ist nur bei mir im Zimmer. Muss auch nix sein. Ja, Kruzifix, wo ist denn der Typ? Wo sind sie nie verschwunden? Ja, kann nur nur draußen sein. Die Kinder nur noch draußen sein. Ich gehe sicher nicht. Ich gehe nicht zu Fuß. Zur Höhle. Ich gehe nicht zu Fuß. Ich gehe nicht zu Fuß. Ich gehe nicht zu Fuß. Und das ist auch dort. Ja. Ähm, vielleicht sehe ich es durchs, äh, durchs Teleskop im Zimmer vom Erl, kann sein. Gibt es da irgendeinen geheimen Raum, den ich übersegen habe? Das ist die Wasser-Pump. Was ist die Liste? 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 Das ist die Liste, aber das ist die Liste. Das ist der Kugel. Na, das muss draußen sein. Das Luft fordert mir jetzt geringfügig. Geringfügig stark. Der ist da nicht durchgegangen oder da ist... Wieso hört die Blutspur da auf? Z. 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 ...Water Storage... ...Wat's a level... ...Wat's a level, wo ist das bitte? ...Drausse... ...Dorming? Nein... ...Das muss im Keller sein... ...Drausse... 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 ...Ihr hoff das ist jetzt kein Bug... ...Drausse... Das ist wirklich wirklich strange jetzt. Na also, ich sehe jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, dass das irgendwo draußen ist. Auf meinem Zimmer, da ist doch nichts weiter. Das muss draußen sein. Ich habe ihn ehrlich gesagt, hätte es nicht gereicht, wenn wir einfach nur bewusstlos schlagen. Ich habe ihn nicht gereicht. 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 Ich muss den Elbe finden, wenn er etwas zu tun ist. Das ist der EPG-E-Post, designed to promote the facility here. A1 ist Labor. A2 ist die Lobby. B1 Storage bzw. Watson Pump. B1 Storage. C1 Garage. Das muss da außerhalb vom Labor der Raum sein. Da muss es weitergehen. Es bleibt nur der Keller. Er kommt hin, wo ich das machen werde. 1 Pascal baixo. Wooden pole. We just carved pieces out of it. A two sided hook. A two sided hook. A two sided hook. A two sided hook. We all need to turn to the hook. He's a man. Ähm, vergaigt vorgezeichnen? Okay, gut, ich hätte... Vielleicht muss man erst auf die Idee bringen, dass B2 die Sicherung für die Wasserpumpen ist. B2 ist missing, aber es scheint nicht zu sein, dass B2 die Schmerzen ist. Es ist für die Maschinen inside. Okay... Shaman... Spirit... Spirit... Looks like so... Man... So... Sacrifice... Negative... Shaman... Ground... Boreas... Vendigo... Human... ... 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 BODY BODY DEAD BODY HUMAN Es ist ein Mensch, das ist sicher, aber es ist etwas anderes. Du bist ein Mensch. Human Possess Human Possession Okay, Human Sacre Sacre, please An Inverted Vandigo Character Hole in the middle, what does it mean? An Inverted Vandigo Hole in the middle Hole in the middle, what does it mean? Host Host Dead BODY Heart Heart Ah, Human Heart Okay It's a Human Heart 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 Soul Spirit Sacre Hole in the middle Hole in the middle, what does it mean? What does it mean? Interlocking V-Shapes Heart Bible Heart 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sacrifice. Cut out. Cut. Kill. Murder. Hatred. Mine. Okay. Content. Appeasing evil spirits. Appeasing evil spirits. The tribes of Greenland relied upon the Aga... 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 For appeasing evil spirits. ... 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 Hebelwirkung Wirklich nicht. So wird's. Oder endlich. Meine Güte. Gut, das hätte ich jetzt wesentlich schneller zusammenbaucht als er. Wesentlich schneller. Was die Flying Fuck? Al. Ich weiß, was du zu tun hast. Ich dachte, du wirst verstehen. Sooner oder später. Das ist deshalb, ich musste hierher kommen. In meinem Traum, ich sah, hinter dem Vail der Skye, ich sah die Wahrheit. All ich hier sehe ist, murder und wettbewerb. Die Wendige hat dich unter Its spell. Es kommt aus dem Wunsch der Welt. Wir verabschieden die Arctic und nichts in return. Wie die Tunajik. Das ist deshalb, er zu mir spricht. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Aber eine Artikel. Das Idol ist eine collection von cannibale und murdereden Böden. Wie kann man sagen, es will save die Arctic? Er hat sich durch sie. Das ist dein Leben. Er hat sich durch sie. Er wird über ihre Flüsse zurück. Er wird verbleib. Und wieder gehen auf der Erde. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Alles, was fehlt, ist ein Herz. Nein. Ich nehme Nova mit mir. Ich denke, was du machst. Das ist die Chance. Du hast für die Polartige. Du sprachst von Menschen. Du schickst. Geh! Ich bin ein Wettbewerb. Du bist sehr gut. Du hast mein Herz. Du willst das zuhören? Ich bin nur ein Wettbewerb. Ich bin nur ein Wettbewerb. Was sind das für Wochen überhaupt? Ich bin nur ein Wettbewerb. In einem Moment. Ich muss nur ein Wettbewerb sagen. Du weißt, Thule ist ein Wettbewerb. Ja. Ein Wettbewerb kann passieren da. Ich bin nur ein Wettbewerb. Hunderts of miles auf Uschido. Was könnte interessant werden. Ich bin nur ein Wettbewerb. 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 Es gibt einen Wettbewerb. In einem Wettbewerb, dass wir uns Hua wie bei uns machen. Wir geboren im Wettbewerb. Aber ich wäre eine Liebe zu schließlich. Ich bin nur ein Wettbewerb auf. Nun würde ich bis nachreben. Ich bin nur ein Wettbewerb. Was ist das? Was, was ist das? Was passiert da? Ja, das ist, weiß ich nicht, das war Kern in Totalaufnahme, oder was soll es sein? Oder soll es die Credit-Zeit, die nicht aufscheiden, laufen nur die Credit, sondern nur die Credit-Zeit? Okay, ganz kurze Abschlussüberlegung. Eigentlich sehr cooles Adventure, nur die zweite Hälfte vollkommen überhudelt. Die Rätsel an sich geil, nur fühlt es kurz, also insgesamt fühlt es kurz. Und der zweite Teil, Schlag auf Schlag auf Schlag, ohne viel Wahlmöglichkeiten, ohne viel Einflussmöglichkeit auf die Story. Also, leider, leider nimmt der zweite Teil von Alphapolaris einen Haufen Lost, nein, er lässt einen Haufen Potential liegen. Man hat fast den Eindruck, es ist in einer Zeit, Zeitausgang, also neben dem Hauptjob haben sie halt angefangen mit dem Game. Das war am Anfang voll gut, nur dann ist es irgendwie ein Burden worden und dann wollten sie es schnell fertigbringen. Wenn die Qualität der ersten Hälfte durchzogen worden wäre, dann hätte ich fast 8 vor 10 vergeben, weil die Rätsel echt geil, echt logisch. Die Optik wirklich ansehnlich und die Vertonung wirklich gut, die Charaktere wirklich liebenswert, ja, nur der zweite Teil ist einfach nur zack, 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 wir wollen fertig werden. Keine Erklärungen mehr, was ist jetzt, das geht alles viel zu schnell, was ist es mit dem Wendigo, was war die Konsequenz von Verbrenner der Knochen, was wäre passiert, wenn wir es zurückgebracht hätten, war das die wichtige Entscheidung oder nicht, haben wir gewonnen oder nicht, man weiß am Ende gar nichts. Also der zweite Teil ist so überhudelt und so schnell schnell hinklatscht, dass die ganze Geschichte fast auf 5 von 10 zurück reduziert wird. Leider, 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 leider. Es sinkt auch in der zweiten Hälfte, es sinkt auch die Qualität der Rätsel. Kennt mir vier. Wozu, wozu brauche ich denn überhaupt das letzte Gribble? Das muss mir eh klar sein, wo ist es vollkommen irrelevant? Das letzte Rätsel, weil wir wissen, wo ist die ganze Zeit, nur als Präkondition dafür, dass die Spielfigur den Weg gehen kann, der logisch ist, der einzige Weg. Und nach unten. Wo sollen sie denn sonst sein? Die zwei. Ähm, muss man noch einmal ein künstlich implementiertes Sprachrätsel lösen. Ohne Schlüssel, ohne zusätzliche Informationen, ohne zusätzliche Recherche. Also das ganze ist, das hat, glaube ich, schnell zum Abschluss gebracht werden müssen. Oder sich hat es einfach nicht mehr gefreut, die 5 Jungs von Turmoil. Das ist bedauerlich, das ist wirklich bedauerlich. Ich habe die Firma auch gegoogelt. Schaut nicht so aus, als gäbe es ein weiteres Spiel von denen. Also es beschränkt sich auf Alpha Polaris. Der Anfang richtig stark, nur dann gehen irgendwie Zeit oder Ressourcen aus und das reduziert. Und man merkt am Ende dann, sind nicht einmal die Credits richtig gemacht. Also da hat irgendwas ist da passiert, dass das Projekt vorzeitig abbrochen hat. Das konnte noch gut lang weitergehen. Da konnten noch geile Rätselideen drin sein. Da konnten noch weitere Locations kommen. Das werden sie aber nicht. Was die erste Hälfte vorbereitet, wird in der zweiten Hälfte ignoriert, negiert. Und die zweite Hälfte wird nur dazu verwendet, schnell das Spiel zum Ende bringen. Naja, das ist schade. Aber eigentlich dann ja auch ein Kurzzeignis für so ein Spiel, dass trotz dem Totalauslosser in der zweiten Spielzeit mehr oder weniger nach wie vor 5 vor 10 rauskommt. Und ich glaube bei der Wertung wir bleiben 5 vor 10. Insgesamt auch sehr kurz das Spiel. 10 Folgen, Neufolgen. Nicht bei Webnet die Mehrzahl an die Stunde heranreichend. Das heißt unter 10 Stunden Spielzeit würde ich einmal sagen. Und das ist natürlich, das ist insgesamt nicht viel. Nur was man in der ersten Hälfte auch halt merkt, sagen wir mal so, ausgezeichnet sind die Rätsel, die Qualität dieser ersten Sprachrätsel. Wo du wirklich selber drauf kommen musst. Symbol, du hast eigentlich den Schlüssel nicht. Du musst den Schlüssel hernehmen und dann so verdrehen, dass er Sinn ergibt. Das ist diese Spitze. Du hast in der ersten Hälfte. Du hast in der ersten Hälfte Abläufe. Das mit der Sarange Spear und so weiter. Das sind alles Sachen, die würden so wirklich funktionieren. Das ist, oder sagen wir mal so, die würden so funktionieren, wenn man es in einem Pen & Paper Rollenspiel praktiziert. Ob sich der Bär wirklich mit der Spritzen, ob das dann im realen, keine Ahnung. Aber ich würde es als Rollenspieler auch so machen und deswegen habe ich auch von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, dass es sind, das ist von Pen & Paper Rollenspielern und für Pen & Paper Rollenspieler oder vom Rollenspieler und für Rollenspieler. Alfa Polaris. Nur leider halte es halt dann im zweiten Teil noch die ersten drei, vier Monate Arbeit der Alltag ein. Gerade Routine. Es freut sich nicht mehr. Oder es geht sich einfach finanziell und zeitlich nicht mehr aus. Ja leider. Schade. Schade. Da geht ein sehr gutes Spiel an der wirtschaftlichen Realität zu Grund. Und möglicherweise auch ein gutes Kollektiv an derselben Sache. Wie gesagt, von Turmoil Oil, äh Turmoil Oil, von Turmoil 1 Entertainment. Auf der Homepage und so weiter hört man außer Alfa Polaris nichts mehr. Da ist seit Monaten nichts mehr passiert. Ich denke einmal, das wird das Letzte sein, was wir von diesen Finnen gesehen und gehört haben, wären bedauerlich, aber leider real. Unter dem Strich machen wir es kurz. 5 von 10. Wenn man eine Halbzeitwertung abgemistet hat. Erste Hälfte 8 von 10. Zweite Hälfte 4 von 10. Gesamtwertung 5 von 10. Ja, das war's. Ich entschuldige mich dafür, dass ich da jetzt die Abschlussbetrachtung vor meinem Desktop Hintergrund machen muss. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, wie huddelig, wie überhudelt der Ausstieg aus Alfa Polaris ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Was das nächste Projekt in meiner Ansammlung von lustigen Playlists sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe einmal das Remake von Sins of the Father Gabriel Knight erworben in letzter Zeit. Ich spüre auch meinen Gedanken, Overwatch-Arts spülen. Ich habe nur eigentlich nervt, indem wir das gemeinsam machen konnten. Freitmissler Arena-Shooter nicht wirklich. Selbstverständlich nach wie vor, 30. August Legion, World of Warcraft, das wird garantiert gemacht. Bis dorthin, ich habe so viel unangezocktes in der Library. Es wird irgendwas käme, jetzt haben wir Adventure gehabt, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn es etwas anders kommt. Vielleicht gibt es auch Wünsche oder Vorschläge zum YouTube in meiner Diskussionsabteilung im Kanal oder für die ESA-Leute, die zuhören und zuschauen im Forum von ESN-Stahl. Natürlich geht auch der Google-Plus-Kanal zum Vorschläge unterbreiten, der Markus.Weilbuchner-Kanal und Google-Plus. Ja, ich wünsche Ihnen, bis wir uns wieder hören und sehen, gute Zeit und ein gutes Spiel. Bis dorthin, allerdings, fett, denk, bravant und Weili out. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.